hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge rocket bleed wir gucken mal wieder was wir haben obwohl mal gucken was da rauskommt ich hab diese noch nie gespielt naja ja was muss man hier machen äh lol bt was ist das woher krieg ich den item wir haben nochmal fußbacher die hä ja hä lol voll geil ey man kann voll taktisch spielen wenn man Eis hat wählt man das auch bevor es zum voll easy sagt hallo zu youtube ja 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 ich kann du 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 Alles klar, Sieger. Irgendwie ist das so jubisch, das Spiel. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe jetzt nicht ganz. Danke, wegen dir haben wir ein eigenes Volte durch. Ich verstehe jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, wegen dem Server. Also, ich verstehe nicht. Ich verstehe. Ich verstehe jetzt nicht. Ich verstehe jetzt nicht. Ich verstehe nicht. Vielleicht gibt es bald ein neues Projekt, das sich Arc nennt. Vielleicht. Aber vielleicht. Aber ich denke eher weniger. So 30% kommt das Display. Und 70% eben halt nicht. Wegen der Zeit. Eher gesagt. Nicht, falls es nicht will. Wegen der Zeit. Aber DayZ eben halt müssen wir noch gucken, wann das eben halt jetzt stattfinden wird. Okay. Und Rocket Deach wie immer jeden Tag eine Folge um 17 Uhr oder um 18 Uhr. Ich glaube aber eher um 17 Uhr war das. Und wir haben immer noch nicht verloren. Und jetzt haben wir verloren. Schade. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und lasst, vergisst kein Abo da zu lassen, wenn es noch nicht getan hat. Subscribe mich und zeigt dieses Video eben halt euren Folgen. Damit ihr eben halt alles mitbekommen. Ne? Dann. Ciao, ciao. Wir sehen uns bei einer neuen Folge Rainbow Rocket Leech.